Folgende Aktionen im Dorfladen Sonnheim, Zufhausen, präsentiert vom Josef Stadumann. Wir haben bei unserem Dorfladen diese Woche und die nächste Woche folgende Aktionen. Wir haben hier einen Ableckhäse für 12 Franken, statt für 18 Franken Normalbus. Wir haben einen Aprikosenroulade für 3.50 Franken, statt für 4.60 Franken. Und hier die wunderschönen Servietten, verkaufen wir für 4.95 Franken, für den Normalpreis 6.60 Franken. Der Micao Schokotrink, verkaufen wir diese, kommt die nächste Woche. Der halbe Liter für 1.00 Franken, statt für 1.40 Franken. Die feinen Villar Liguer, verkaufen wir für 6.50 Franken. Aktionspreis, statt für 7.90 Franken. Und dann haben wir noch die Kaffiramportionen, die 10er Portionen an der Stande. 55 Franken, statt für 95 Franken. Kommen Sie vorbei und profitieren Sie von den günstigen Aktionen im Dorfladen Sonnenschein, Zufhausen. Möchtet auch Ihr euren Werbespot günstig bei der Hellenapf platzieren, dann rufen Sie uns an. 041 970 05 05 05 2 Vielen Dank.